Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Unturned. Ich bin ja letztes Mal gestorben und bin jetzt wieder hier zu Hause und als ich das Auto in die Garage reingefahren habe, ist mir aufgefallen, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Denn, da war kein Platz, da war kein einzelner Stellplatz mehr dafür da und das kann nicht sein, dass das Auto sich die Halle mit dem, dass das APC sich die Halle mit dem großen Auto teilen muss. Also das bringe ich einfach nicht übers Herz, das wunderbare APC und diese Schrott-Gümmelskarre da. Und dafür brauche ich erstmal Wände, ja. Dann brauche ich, äh, 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 Foundations. Ne, wie war das hier nochmal? Boden-Crosses und Dingens waren Foundations, ne? Oder? Einen habe ich sogar noch, geil. Die nehme ich schon mal mit. Pillars lasse ich mal kurz hier. Weg damit. Das lasse ich hier. Was habe ich hier noch? Platform. Scheiße. Ich hatte gehofft, ich hätte hier noch Foundations drin. Okay, ich mache mir mal eben kurz im zweiten Monitor das Rezept dafür auf. So. So. Sekunde. Ich habe es. Jede Sekunde habe ich es. Ähm, 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 ähm. So. Hallo? Okay. Jetzt kann ich auch endlich, äh, Dingens hier. Äh, scrollen. Foundation. So, drei Woden-Frames sind eine Woden-Foundation. So leicht kann es sein. Ne? Äh, habe ich noch Woden-Frames? Nein. Äh, deshalb. Packe ich mal eben kurz hier ein bisschen um. Äh, das packe ich mal. Hier ist ja noch jede Menge Platz. Die großen und schweren Strukturen erstmal hier rein. Ich brauche die Dinger hier. Holz. So. Das verkraften wir direkt mal zu denen. Zack. Machen wir direkt noch welche. So. Sorry, I don't reset. Ach so, ist nur eins da. Lol. Ja. Da kann er auch nicht viel verkraften. So, ne? Okay. Äh, das sind schon mal 15 Stück. Das sind schon mal 19 Stück. Das sind schon mal 34 Stück. So. Foundations. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche jede Menge. Ich crafte einfach mal alle. So. Zehn Stück. Und nochmal 11. Dann nehmen wir die mal hier raus. Noch die eine. Das lassen wir alles hier. So. Das Brett auch. Zack. Ähm, die Wände nehme ich noch mit. Und ein paar Pillars. Aber ich kann keine Pillars mehr tragen. Verdammt. Egal. Erstmal nach vorne. Ich platziere Foundations, ne? Eins nach dem anderen. Und dann muss ich erstmal gucken. Oh, hier liegt auch noch was rum. Habe ich vorhin, glaube ich, verkraftet und verloren dann. So. Weil hier ist voll, ne? Ich wollte rückwärts einparken und dann so, hä? Wieso komme ich nicht weiter? Und jetzt muss ich den, jetzt muss das tolle Auto sich das hier teilen, ja? Mit der Gurke. Und ich fände halt irgendwie geil, wenn hier eine Rampe hoch wäre. Aber das ist, glaube ich, kaum zu bewerkstelligen. Oder zwei Rampen nebeneinander. Aber ne, die haben ja auch dieses blöde Gestänge. Scheiße. Wie machen wir es denn? Okay, dann baue ich doch einfach hier noch an. Und dafür Taschenlampe ich das weg. Die Wand. Ne, dafür säge ich die einfach mal raus. Ne, ist so ein bisschen Sägefolge light. In der Zeit kann ich mal einen Schluck trinken. Und die macht mich voll durchsichtig, die Flasche so, ne? Und die ist voll durchsichtig. Cool, ne? Okay, los. Geh kaputt. Ich hasse dich, Wand. Verzeh dich. Dankeschön, Wand. Das ist sehr freundlich von dir, dass du so schnell nachgibst. Okay, äh... So wollte ich das. So. Die machen wir jetzt auch... Wie breit machen wir die mal? Auch drei, ne? Ja. Sonst kann man so schlecht rangieren. So. Drei breit. Zwölf habe ich, ne? Noch neun, okay? Also kann ich noch drei Reihen machen. Da bin ich vier breit. Aber das reicht mir irgendwie noch nicht. Nein, jetzt habe ich die da so scheiße platziert. Kann ich die nicht einfach da drüber? Ne, geht nicht. Oh, jetzt muss ich die wegsägen. Sorry, Leute. Mein Fehler. Ach, ey. Oh, Mann. Da kannst du echt nur mit dem Kopf schütteln, was der Kerl manchmal macht, ne? So, und dann habe ich aber doch nochmal die Chance, eins zu trinken hier, ne? Hier ist Clara drin übrigens. Ah. So ein bisschen Korn am Morgen, ne? Dann vertreibt Kummer und Sorgen, sage ich euch. Nein, probiert doch bloß nicht aus. So, aber jetzt habe ich eine Foundation zu wenig. Das ist doch mega beschissen. Ach, mach. Dauert. Das kann schneller gehen. Die eigenen Sachen. Ich kann es nicht genug anprangern. Danke. Oh, ey. So. Da noch Foundations rausgekramt hier. So. Wenn man auch so weit weggehen muss, dann ist das voll unintuitiv, so finde ich. So. Zack. Und ich glaube, ich könnte die eigentlich noch hier vorbauen, ne? Oder nach hier hinten noch tiefer. Dass quasi hier in der Mitte so vier zum Rangieren ist und da die Stellplätze sind. Und da eine Durchfahrt. Ich gucke mal, irgendwie, vielleicht habe ich noch zwei. Wie das hier mit dem Baum passt, weil der Baum steht ja dann so halb hier drin. Aber das ist nicht so schlimm. Ist nur ein bisschen. So. Jetzt wieder schnell reinrennen. Noch ein paar, äh, paar Dinger holen hier. Noch ein paar, äh, hier, Loks verkraften schnell zu Foundations, ne? So. Rein hier. Hier will ich auch noch zumachen eigentlich. So. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Und die nehme ich doch mal eben direkt mit, ne? Bevor die hier verrotten oder vergammeln. Ähm. Okay. Ich brauche Holz. Die lassen wir mal hier. Holz. Dankeschön. Das verkraften wir zu Brettern. Das verkraften wir zu Plates. So. Zack. Hallo? So. 30 Plates. Davon kriege ich schon mal wieder 10 Foundations. Aber ich glaube, das reicht mir auch noch nicht. Und das heißt wohl, dass ich in einer, oder vor einer der nächsten Folgen mal wieder ein bisschen Farmen gehen muss. Weil ich habe mich entschlossen, euch das erstmal nicht anzutun. Ja? Dass ich so viel Farmen gehe. Das habe ich genug gemacht am Anfang. Äh. Und jetzt möchte ich euch lieber hier ein bisschen, ne? Äh. Bauen zeigen. Im Moment. In diesem Abschnitt des Spiels. So. Äh. Äh. Das packen wir mal raus. Das verkraften wir. Das verkraften wir. Aber dass man nicht alles da reinlegen kann, das wäre schön. Oder so mit Shift oder so alles weg. Aber das machen die nicht. Da sind die nicht gediegen genug zu. Okay. 11 Komma so und so viel Kilo habe ich jetzt. Dann lasse ich doch mal eben... Ah ne. Das verkrafte ich noch. Das eine Teil hier. So. Acht. Wie viel kann ich denn jetzt wohl tragen? Weißte? Okay. Ne. Ich lege jetzt erstmal hier... Ich habe ja in der Startstadt eine Knarre mitgenommen. Hier die Metamorris lege ich mal weg. Die Taschenlampe lege ich mal weg. Die Travel Pack. Kann ich auch weglegen. So. Die Blowtorch und die Säge sortiere ich auch mal eben kurz hier ein. Obwohl die Säge lasse ich einfach mal drin. Und jetzt müsste ich eigentlich genug mithaben, um das alles mitzunehmen. Ja. Geht doch. Ich brauche so ein ME-System hier. Kann ich nicht mal einer coden dafür? Das wäre total geil. Ey. So. Zei... Oh. Oh. Lass mich doch durch die Tür. Gibt es nicht. So. Wie groß machen wir denn jetzt? Da noch zwei. Ja. Ich brauche noch viel mehr Foundations, glaube ich. Für das, was ich hier vorhabe. Für das riesige Parkhaus. So. Hier hin. Hier hin. Oh gut. Das Platz hier nicht so schlimm ist wie bei The Fifth Day. Also das ist noch schlimmer, finde ich. Ah, guck mal. Noch zwölf habe ich sogar. Das waren richtig viele, die ich bei hatte. So. Zack. Da kommt man dann rein. Und dann sind hier die ganzen Stellplätze. Ja. Guck mal. Da kriege ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Autos rein. Das sollte doch genügen eigentlich, ne? Obwohl. Ach komm. Wenn ich jetzt einmal hier bei bin, ne? So. Machen wir hier. Habe ich noch genug? Noch acht. Jawohl. Habe ich sogar zu viele. Krass, ey. So. Jetzt brauche ich nur noch Pillars holen und Wände, ne? Und ich muss auch noch Wände craften, weil ich habe nur fünf Wände. Und wie viel brauche ich denn? Ich kann das mal eben kurz durchzählen. Wenn ich gerade hier vorne bin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn Wände brauche ich. Puh, fünf habe ich, äh, sechszehn Wände. Das braucht jeweils einen Pillar und zwei Wooden Frames oder drei? Weiß ich gar nicht mehr. Muss ich mal gucken jetzt. Äh, okay. Das können wir dann erstmal hier irgendwo ablegen. So, das nehmen wir mal, das nehmen wir mal. Wände habe ich fünf Stück. Was habe ich jetzt gesagt? Sechzehn Stück brauche ich, ne? Okay, hier machen wir nochmal Wooden Frames. Pillars habe ich hier. Wie war das denn jetzt nochmal? Wie viel zieht der ab? Zwei, okay. Oh nein, jetzt habe ich hier so scheiß... Ah, Revert. Ne, das hat nichts gebracht. Jetzt habe ich hier so scheiß Wooden Posts gemacht. Was ist das denn? Das ist ja schick. Kann man so oben drauf packen oder was? Guck ich mir mal an. Kann ich das hier so drauf machen? Hm, verstehe ich nicht. Egal. Habe ich halt ein paar Pillars verschwendet. Sechs Stück, scheiße, ey. Ähm, das ärgert mich jetzt ein bisschen. So, weg damit. Weg damit, so. Ähm, dann hätte ich jetzt gerne ein bisschen Holz. Aber ich mache das mal kurz hier händisch. Nehme ich das mal raus, obwohl das hätte ganz locker gepasst. War wieder klar. So, boah, und wie viele Wooden Frames ich craften muss, ne? So. Zack. Zack. Dich auch noch so 30 Stück. Jetzt haben wir schon mal 10 Wände, 15 Wände. Eine Wand brauche ich noch. Dafür brauche ich jetzt noch einen Pillar. Und ich brauche irgendwo ein Brett. Da, ein Brett. Perfekt. Ach ne, ich brauche zwei Support Beams, ne? Oh nein. Ah, da sind noch Support Beams. Äh. Äh. Crafting, komm. Oder brauche ich zwei Bretter? Ne, ich brauche sowas. Genau. Äh. Eine Wand noch. Elf Stück. Damit haben wir doch dann alle, ne? Ich habe doch hier noch 5 Stück drin. 16 Stück. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Pillars. So. Und dafür muss ich jetzt erstmal die Säge bemühen. Obwohl ich habe hier noch ein bisschen was. So, das nehmen wir mal raus. Oh, 16 Stück. Das war mein letztes Holz. Nein. Nein. Das heißt, ich muss vor der nächsten Aufnahme wieder sammeln gehen. Alter. Ähm. So. Ne, das darf ich jetzt bloß nicht machen. So. Zack. Aber da kommt ja viel raus zum Glück, ne? Also. Kannst ja, sagst ja mal nix. Ist doch ein guter Deal. So. Vier Pillars. Äh. Wie viel brauche ich denn? Keine Ahnung. Ich mache mal 20 Stück oder so. Äh. So. Zack. Zack. 19. Okay. Mache ich jetzt noch einen. Hallo? Du musst weg. So. Okay. Das hätte man noch alles verkraftet. Die Sticks lasse ich mal hier. Das Dingens lasse ich hier. Äh. Das Holz lasse ich auch mal hier. Und den Rest. Ne, das nehme ich auch noch. Lasse ich auch noch hier. So. Ich habe Hunger. Und deshalb esse ich jetzt mal irgendwas, damit ich nicht wieder verhungere. Ne, kann das ja nicht sein. So. Ist die full? Nein, die ist natürlich empty. Ja, toll. Wo habe ich die denn hier? Wo sind meine Flaschen? Da. Ist die voll? Empty. Die ist full. Okay. Die packe ich erstmal hier rein. Da habe ich jetzt keinen Bock, die voll zu machen. So. Hm. Lecker. Ne. Jetzt hat ein bisschen wieder Sitt. Okay. Äh. Jetzt gehe ich mal vorne die ganzen Wände platzieren. Für mein geiles Parkhaus Reloaded. Und da kann ich bestimmt auch noch eine zweite Etage einfügen. Wenn ich mal richtig ausrasten sollte, was Autos angeht. Wenn es überhaupt noch so viele Autos gibt. Ich weiß gar nicht. Aber egal. Ich baue jetzt hier schön groß an. Ne. Damit er dann später leer dasteht. So sieht es nämlich aus. Ähm. Da einen hin. Pillar setzen. Pillar setzen ist jetzt nicht so einer meiner Lieblingsbeschäftigungen. Aber es muss gemacht werden, ne. Sonst hat das hier alles gar keine strukturelle Integrität, ja. Äh. So. Das hier hin. Da hin. Noch neun Stück habe ich. Ich glaube, das reicht nicht. So. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Doch. Das reicht. Perfekt. So. Dann können jetzt die Wände da rein. Gut, dass man die nicht falsch platzieren kann. Wie bei Fifth Day, ne. Müsst ihr euch auch mal reinziehen. Ist eigentlich auch ein sehr cooles Survival Game. So. Oh. Das dahin. Das dahin. Oh. Dahin. Dahin. Gleich habe ich die Wand fertig. Wie schön die sich noch gedreht hat. Gerade die rote Wand. Habt ihr gesehen? Wunderschön. So. Noch fünf Wände. Reicht das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Das reicht. Genau. Habe ich ja gut gezählt. So. Das hätten wir alles zu dann. So. Hä? Eine fehlt? Wer ist das denn für eine Scheiße? Jetzt muss ich echt noch eine Wand craften. Ey. Das ist unglaublich. Das ist unfucking fassbar. Und für innen drin brauche ich auch noch voll viele Piller. Nein. Ey. So. Eine Wand noch. Dann Piller habe ich noch. Hier hatte ich auch noch welche. Hatte ich gesehen. Genau. So. Zack. Drei Wände. Die quippen wir auch direkt mal. Und dann rennen wir mit der roten Wand vor der Tür einfach mal los. Hätte ich jetzt einfach ersetzen können durch eine Holzwand? Ne. Sah gerade so aus. War wahrscheinlich eine doppelte Mauer irgendwie. So. Boah, es hat dunkel hier. Ihr seht ja nix. Hier muss ich erstmal einen Generator aufbauen. So. Damit hätten wir das doch hier geschafft. Ne. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.